Echte Weihnachtsmasken! Moin! Moin! Hallo! Noch mal was fürs Auge! Guck mal, die brauchen gar keine Straßenabsperrung! Haha, guten Tag! Die Loni stellt sich auf die Strasse, zack, zack, zack! Sauber! Ist das ein geiler Fals! Ist das ein Maddi? Ho, ho, ho! Schwesterherz, magst du mir einmal das Video schicken? Schön habt ihr alle gelächelt!